wir finden direkt war es kostenlos das war vor drei jahren schon mal das ist später runterladen ist nur heute und ist kostenlos runterladen das ist cool ich wollte schon immer mal banken überfallen nicht schlecht spaß gemacht was gefunden ja weil es das schlimmste ist nach der runde auch die ist aus dem ersten aus gerade als ich den generator gesehen haben ja genau bei mir war auch also ich war gerade auf dem weg zu dem generator nach der runde sonst muss ich aus dem bildschirm raus und also ich habe es nicht aber echt lange hier steht es hat eine vier prozent und schon wieder diese map die kommt ja gerade ja mal länger als zwei minuten ich sehe aber gleichen generator so leute ich finde und euch alle retten hier der killer sieht den generator nicht auch gleich wenn wir gewinnen wollen dann darf man vielleicht nicht so viel reden also dummreden wo es ist schwarzen büchsig was nein das bin ich da hinten ist es michael es ist michael der ist hinter uns oh mein gott es ist der michael es ist michael der sack wie der sind der ist am haus der ist an der gas an dem gas haus ist alle gelaufen irgendwo schon gesehen ok 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 aber man macht ja kein buch um nein erst wenn er hinter dir ist in der zweiten was heißt in der zweiten stufe der hat stufe da kommt die halloween musik oder und dann kommt halloween musik wenn er die zweite stufe warum sagt ihr mich dass sie kein buch gemacht habe ich doch der war direkt vorgeplätze habe doch gesagt habe extra gesagt er ist im haus der macht keine geräusche er macht geräusche wenn er in der zweiten stufe landet ab da macht der geräusche deswegen habe ich ihn wenn ich die anderen auch möchte ich glaube ich sehe ihn wo denn ich bin in der nähe vom haus nach der kratten generator der neben dran ist ich habe gar nicht mitbekommen dass du auf dem boden gelegen hast er hat mir das im bauch gewandt wo ist er denn ist er bei dir oder ich habe ihn verfolgt ok ich mache jetzt generator fertig generator check er ist direkt hinter mir glaube ich ach bei dir glaubst du oder weißt du er ist hinter mir ich habe halt das messer gehört ach da ok ich sehe euch ja ich sehe beide sagt bescheid wenn er bei uns irgendwo ist nee der ist er ist ja er verfolgt bako ja und bako rennt genau zu mir danke dafür bitte bitte ich habe die so unheilige musik ich mache gerade den generator im haus bleibt stehen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin in der nähe er kommt doch auf den haufen zu betreuen herren drei leuten drei leute ja jetzt steht er genau nahe mir er steht jetzt genau näher jetzt läuft er weg kennt er oder was ich sag nur was er macht wo läuft er hinter sich ein baum jetzt läuft ein baum vorbei den ich jetzt kommt dann ist er irgendwo bei einem von uns in der nähe da läuft jetzt richtung haus ich habe ihn gestern ich habe ihn gestern ich habe ihm so eine barrikade ins gesicht genau das kann aber stufe zwei besonderes dann hören wir ihn dann hört man ihn aber er kann auch mehr was heißt kann er erst noch bei mir er hat mich nicht gesehen er hat mich glaube ich nur jammern man hört ihn jetzt aber ja man hört die halloween musik ist weiter weg von mir gut dann brauchen noch ein ich höre ein aber in der mitte will ich nicht machen ich finde ich sehe ihn nicht mehr aber habe ich werde mich sorgt nicht eigentlich so dieses dieses gerät um meinen um meinen namen rum also diese krallen ist bei mir erst bei mir scheiße ich bin da wo jemand verletzt ist in der nähe bei einem ausgang oh mann ich weiß aber auch nur wenn er genau hinter dir ist immer noch immer noch nicht mehr aber jetzt habe ich hoffe ich dass er mich nicht gesehen hat ne ne er sucht er sucht er sucht irgendwo noch nach mir erfinden er hat mich verloren ich weiß nicht wo ich bin also mein generator ist fertig wir können die ture auf ok da ist der michael an dem tor wo du jetzt in welchem ich glaube ich glaube der bako rennt dahin nee gar nicht wer rennt denn da gerade hin ich glaube wer ist es nicht weit das ist der das ist der killer gewesen pass auf ich bin pizzer mann ja genau ich bin der typ da mit ich halte mich doch gesagt er ist in die richtung mensch ich weiß nicht wo ihr alle seid ich bin dort wo ich lenke ihn ab macht die tür auf die tue ist auf wie muss ich es auch raus mit uns ach ihr seid da hinten gut der der kovinius der der schild der macht ja ich bin ja ich bin ja aber du musst schenken du musst schenken und was macht der killer was macht der killer hallo hallo wo ist er hingelaufen wo sei denn du bist du hast die hat sich aufhängen lassen aber du kannst doch schenken genau und dann sammelst du xp und die haben noch eine chance sich zu holen nee du musst bis zum ende schenken dein leben war noch nicht einfach mit wischen durch aufhören okay ich komme raus ich habe jetzt zwei pips